Mein Lieblingsprojekt dieses Jahr war mit der HfBK zusammen. Das ist die Hochschule für Bildende Künste hier in Hamburg. Dort stellen jedes Jahr oder jedes Semester, besser gesagt, die Studenten ihre Arbeiten aus. Und wir durften die ganze Ausstellung in 360 Grad aufnehmen. Das war sehr spannend, weil es in jedem Raum wieder neue Kunst zu entdecken gab. Und ich kann nur empfehlen, im Februar ist die nächste Ausstellung. Geht doch mal selber hin, denn so toll unsere 360-Grad-Aufnahmen natürlich sind, in echt ist es doch nochmal ein echtes Erlebnis.